hallo leute und willkommen hier bei me apple cat und zu einem kurzen update video zu ios 13.3 beta 2 das wurde gestern von apple veröffentlicht und ich habe mir das ganze natürlich schon mal angeschaut die update größe war überschaubar mit 301 megabyte und so sehr viel habe ich auch nicht frei bekommen an speicher von 46,07 vorher auf 46,35 so aber die frage ist ja immer wieder die gleiche was steckt drin was hat sich verändert bei 13.3 und die antwort darauf ist diesmal echt gar nicht mal so viel also hier gibt es nichts großartig neu zu berichten wir haben keine neuen funktionen bekommen es gab auch keine neuen splash screens oder sonstige größere updates was halt eben verbessert sein soll ist die allgemeine performance das alles noch mal ein bisschen besser schneller flüssiger läuft wo sie ja immer dran arbeiten und ich muss sagen so vom gefühl her die performance die ist auch echt gut eine sache ist mir aufgefallen und zwar in der kamera app wenn ich die mal öffne und ich halte einfach mal quer und ich switche hier zwischen den verschiedenen kamera modi um das funktioniert jetzt noch schneller als zuvor also dieses umschalten man sieht ja jedes mal dass der hintergrund dann kurz unscharf wird wenn ich hier auch von video auf foto wechsle und das geht meiner meinung nach jetzt hier flotter als zuvor ich habe es mal mit meinem iphone 10 zum beispiel verglichen da dauert das umschalten länger und da habe ich ios 13 punkt was war es 2.2 oder was 2.3 auf jeden fall die neueste offizielle ios version die keine beta ist also hier geht es auf jeden fall ein bisschen flotter und das gleiche soll auch gelten für die neueren iphone 11 11 pro und 11 pro max geräte wenn ihr dort zwischen den verschiedenen kameras um switch dass das alles dort auch ein bisschen flotter von statten geht also das ist mir positiv aufgefallen ansonsten soll apple hier auch das ram management problem gelöst haben ihr wisst schon wenn ihr hier die ganzen apps habt dass die dann auch richtig im hintergrund abgespeichert werden und nicht wenn man drauf klickt dann noch mal neu laden müssen das ist ja ein problem da habe ich euch bereits von berichtet was ich besonders hatte wenn ich immer hier mal ein bisschen verglichen habe bin hier zwischen ebay und amazon gewechselt und nur zwischen den beiden apps dass dann irgendwann hier schon direkt die amazon app zum beispiel noch mal auf dem startbildschirm gelandet ist weil sie ganz neu geladen werden musste also das ist hier jetzt auch nicht mehr der fall in der neuesten beta wobei ich ganz ehrlich sagen muss die können da noch ein bisschen weiter dran verbessern denn ich öffne einfach mal ein paar weitere apps das ist mir eben aufgefallen da dachte ich echt das problem wäre komplett verschwunden und gelöst aber plötzlich hatte ich es dann doch wieder was machen wir denn noch auf hier mal hier noch die app da noch eine und vielleicht noch die kurzbefehle app so jetzt gehen wir mal rein und schauen ob wir diesen fehler wieder reproduzieren können ihr seht so viele apps habe ich ja jetzt hier gar nicht offen vor allem keine besonders großen und wir gehen mal hier auf amazon und amazon lädt schon wieder neu genau das hatte ich vorhin schon gehabt obwohl ich nur so zwei drei apps noch dazwischen mal geöffnet hatte gehen wir dann aber auf ebay bei ebay ist das komischerweise nicht der fall da bin ich immer noch hier beim gleichen na komm her beim gleichen artikel also keine ahnung irgendwie bei amazon wird hier relativ hart im hintergrund dann immer noch beendet aber nicht bei allen apps also hier müsste ich jetzt noch mal komplett neue suchen also so 100 pro ist das ram management problem meiner meinung nach noch nicht gelöst aber das wurde auf jeden fall schon mal entschärft so viel dazu so ich habe natürlich wie immer noch mal den geekbench hier laufen lassen in der neuesten beta und das sind unsere werte 3525 im single core und 5985 und das betone ich so habe ich schon wieder unter die 6.000 gefallen sind freunde da habe ich mich doch so echauffiert als das hier zum ersten mal passiert ist bei der beta schlag mich tot ich weiß es gar nicht mehr bei der vorletzten beta genau bei 13.2 war das gewesen da sind wir auch schon unter die 6000 gefallen und wenn wir das mal vergleichen mit 3525 liegen wir etwas höher als in der letzten beta aber etwas tiefer als in der vorletzten und mit 5985 ja ich sage mal es ist nur knapp unter 6000 lassen wir so mal durchgehen beim nächsten mal dann bitte wieder über 6000 apple ist ja auch nur so ein kleiner indikator um zu sehen ja wie gut die optimierung ist und das alles hier noch mal wer es nicht weiß auf einem iphone 7 hier in meinem fall tja leute und mehr gibt es nicht mehr zu sagen alles weitere wäre geschwafel keine größeren weiteren änderungen wir bleiben gespannt apple drückt hier die updates immer noch ziemlich flott im wochenrhythmus raus also ich schätze mal die werden auch hier schon bestimmt in weiß nicht zwei wochen vielleicht schon 13.3 wieder für alle hier raus bringen denn apple ist ja im update fieber ios 13 ja ein echtes wie soll man sagen beschäftigungswunder für die programmierer bugfix bugfix und bugfix also die bekommen keine langeweile und wir auch nicht freunde und deswegen sage ich tschüss und bis zum nächsten mal mit der beta 3 von ios 13.3 wahrscheinlich nächste woche also macht's gut ja ja update über update bis zum nächsten mal mit